Moin, liebe Trickster und willkommen zu diesem neuen Video. Du sagst ja komplett nix. Achso, war das jetzt mein Einsatz, oder wie? Ist ja fair. Nein, Quatsch. Ich hab mir jetzt einfach mal drei Tage Ruhe gegönnt, Weihnachten gefeiert. Ja, wir auch. Ja. Sorry, dass jetzt drei Tage keine Uploads kamen, aber sonntags kommt ja normalerweise eine Zauberei, aber am Sonntag ist Silvester, da kommt der Jahresrückblick. Deshalb zieh ich diesen Zaubertrick jetzt vor, mache ihn jetzt und am Sonntag dann das Silvester-Video. Wie findest du die Idee? Ich finde die Idee super. Ich nicht. Wirklich? Doch. Ich finde die Idee mega. Ich freu mich schon auf den... Doppelprank. Ja, ums Rückblick. Nee. Heute für euch ein Kartentrick. Achso, für alle, die es nicht wissen, das ist Vanessa, meine Freundin. Hallo, ich bin Vanessa. Meine Freundin. Seine Freundin. Nein, meine Freundin. Heute jetzt ein Kartentrick, der für absolute Anfänger geeignet ist. Wirklich, jeder kann ihn machen und das Besondere ist, er macht sich selbst. Es ist ein mathematischer Trick, das heißt, selbst mich als Zauberer foolt dieser Trick. Du wirst ihn gleich vorführen, ja? Du machst gleich den Trick. Ich. Du machst den, klar. Wir machen den zusammen und wir werden beide am Ende verblüfft sein. Einfach, ihr werdet sehen, was ich meine. Also. Ich bin sehr gespannt, was zu euch ist. Als erstes braucht ihr ein Kartentrick. Leute, ich habe meine Artisan-Karten wiedergefunden. Cool, ist das cool. Die magst du doch. Ach, die. Ja, ich habe die wiedergefunden. Artisan. 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 Ich habe sie wiedergefunden. Okay, ich gebe dir dieses Deck einfach mal und du mischst die ordentlich durch. Gerne ins Bild halten, so, dass die Leute es sehen. Mischen, mischen, mischen. Ich habe meine zweite Kamera jetzt einfach mit am Stizzle, damit wir zwei Perspektiven haben gleich. Okay, du mischst die Karten. Boah, diese krassen Schlappen. Oh, und diese krassen Schlappen. Boah, okay. Ja, mischen wir mal durch. Ja? Mischen. Okay, wenn du zufrieden bist mit dem Mischen, möchte ich, dass du mir einen Gefallen tust. Du hast hier einen Laptop auf dem Schoß. Ich habe auch nochmal meinen zweiten Laptop. Einfach nur, weil Tischmagie ohne Tisch nicht gut funktioniert. Auf jeden Fall tust du jetzt bitte folgendes. Dreh mal eine Karte um von oben und leg sie auf den Tisch. Umgedreht oder? Nein, mit dem Gesicht nach oben. Genau so. Das ist jetzt hier eine 10. Und ich möchte, dass du jetzt immer eine Karte, die du hier hingelegt hast, bis auf 13 ergänzt. Okay? Da liegt jetzt eine 10. Das heißt, du legst noch eine Karte drauf. Das ist dann 11. Einfach drauflegen. Noch eine Karte drauf. Ach so, okay. 12. Und noch eine 13. Jetzt ist der Stapel fertig. Ich möchte, dass du noch eine Karte nimmst und sie auf den Tisch legst. Das ist jetzt ein Bube. Bube ist 11, Dame ist 12, König ist 13, As ist 1. 12, 13. Perfekt. Nächster Stapel. Okay? Das ist jetzt hier wieder ein Bube. Also das ist die 11. Also 12. Das ist ein Joker. Und 13. So. Und du legst noch eine Karte. 5. 5. Das heißt, darauf kommt jetzt die 6. Ach so, bis 13. 7, 8, 9, 10, 13. 13. Du machst weiter. Hier vorne hast du auch nochmal Platz mit Stapel. So, das ist die Dame. Also 12. Also muss noch eine da drauf. 13. 13. Weiter geht's. 5. 16, 8, 19, 13, 13, 13, 13, 14, 17, 14, 18, 19, 13. Und eventuell kannst du noch weitermachen hier bei mir. Hier, ich hab noch eine Dame. Oh, eine Dame. Ja, da kann noch eine drauf. Noch eine? Ja, jetzt hast du ja schon 13. So, probier mal bei mir. 8, 9, 10, 11, 13. So, mach doch nochmal. 13, 14, 19, 12, 13. Jetzt hast du noch eine über. Gut. Die eine Karte, die gibst du mir bitte. Das ist die Special-Karte. Die kommt nämlich in den Müll. Das ist eine Müll-Karte. Die kommt sowieso. Okay. Du hast ihm jetzt einige Stapel gebildet und ich will, dass du jetzt folgendes tust, okay? Ich werde mich jetzt wegdrehen, okay? Ich drehe mich jetzt weg, schließe meine Augen und du drehst bitte drei Stapel um, dass sie nach unten schauen und die anderen Stapel sammelst du einfach alle ein, okay? Okay. Drei Stapel, für die entscheidest du dich, du drehst sie um. Ich möchte nicht wissen, welche es sind, die Amerikaner sammelst du ein, okay? Ich schaue jetzt weg. Viel Spaß dabei. Du schaust das. Ich glaube, das heißt dann nicht. Willst du da? Ja. Gut, dann gib mir mal die restlichen Karten. Okay. Hier liegen jetzt noch drei Stapel und jetzt passiert die Magie, jetzt passiert folgendes. Ich möchte, dass du dich für zwei der Stapel entscheidest und von diesen zwei Stapeln die oberste Karte umdrehst. Okay. Die beiden. Das ist jetzt hier ein Bube und eine Zehn. Und jetzt ist es die Aufgabe von uns herauszufinden, welche Karte hier in der Mitte oben liegt. Ich habe keine Ahnung, welcher Stapel das gewesen sein könnte. Aber, nimm mal die Kamera für mich, bitte. Ich zähle erst mal zehn Karten. Finde mal ruhig meine Hände hier. Erst mal zehn Karten. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind erst mal die ersten Bonus-10-Karten. Dann liegt da ein Bube. Finde mal kurz nochmal den Buben. So, da liegt ein Bube. Bube ist elf, richtig? Ja. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann liegt da noch eine Zehn. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt halte ich noch in meiner Hand hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Karten. Wie genial wäre es, wenn da oben jetzt eine neun wäre? Wäre das cool? Ja. Warte, ich nehme die Kamera, du drehst um. Okay, dann drehen wir um. Es ist eine neun. Es ist wirklich eine neun. Egal, welchen Stapel du genommen hättest, egal, wie du die Karten vorne gemischt hättest, dieser Trick funktioniert jedes Mal und für mich ist es gerade genauso verblüffend, wie für dich, Schatz. Ich finde es jedes Mal aus neu so cool, ich zähle hier neun Karten ab und dann liegt wirklich eine neun. Das ist so cool. Oder wenn ich drei Karten abzähle, liegt dann eine drei. Und wenn ich elf Karten abzähle, liegt dann ein Bube. Das ist so cool. Wie hast du es denn jetzt gemacht? Das bringe ich euch jetzt bei. Wenn du möchtest, kann ich es dir auch beibringen. Das ist voll einfach. Das ist das Schöne bei diesem Trick. Ja, das ist das Schöne bei diesem Trick. Ja. Das war gerade das. Ich habe mir die gerade erklärt. Du machst genau das. Ja. Das war es eigentlich. Theoretisch kann ich das Video jetzt beenden. Ich gehe nur mal hier drauf ein, aber theoretisch ist die Performance die Erklärung. Der Trick ist cool, den möchte ich lernen. Lass es den zusammen lernen. Gut, dann drehen wir die drei Karten noch um. Ihr macht bitte folgendes. Erstmal lasst ihr euren Zuschauer die Karten mischen. Genauso. Mischen. Ja? Ja. Super. Wenn du damit zufrieden bist, ist das schön. Okay, jetzt zufrieden. Ja? So. Ja, mach den Laptop kaputt. Jetzt fängst du damit an, dass du eine Karte auf den Tisch legst von oben. Genau so. Und der Zahlenwert hier ist jetzt 4. Und diesen Zahlenwert ergänzen wir jetzt bis 13. Das ist der ganze Trick dabei. Genau so. Jetzt kommt der nächste Stapel und so weiter und so weiter. 10, 11, 12, 13. Sei mal kurz im Kopf. Oder mach ruhig weiter, aber im Kopf bitte. Das Wichtige ist, liebe Freunde, es müssen 52 Karten sein. Das ist das einzige Geheimnis bei diesem Trick. Es muss ein vollständiges 52 Karten Poker-Kartenspiel sein, ja? Hast du zu viel gezählt? Ja. Hast du das ja geschafft. Es muss ein vollständiges 52 Karten Poker-Kartenspiel sein. Das ist eigentlich alles. Ihr seht hier, ich habe einen Joker drinne. Das liegt daran, dass mein Deck 59 Karten hat hier. Und deswegen habe ich eine Karte mit dem Joker ersetzt und einfach gehofft, dass in der Performance der Joker nicht an oberster Stelle landet. Dann hätte ich nämlich irgendwas erfinden müssen. Beziehungsweise ich hätte herausfinden können, welche Karte die fehlende Karte ist. Darüber wiederum hätte ich dann weitergekommen. 13, der König ist 13. Das heißt, da muss nichts drauf liegen. Genauso. Machst du sehr gut, Schatz. Ihr könnt es selber machen. Ihr könnt es auch euren Zuschauer machen lassen. Es ist ja ein ganz wichtiges Grundgesetz in der Magie. Ihr sagt nicht das, was ihr macht. Ja, das heißt... Übrig geblieben. Die sind übrig geblieben. Ja, die brauchen ja noch die übrigen Karten. Die gemeinsam. Das ist nochmal wichtig. Zwei, eins nach dem anderen. Erstmal wollte ich sagen, es ist ein wichtiges Gesetz in der Magie. Man sagt nicht während einer Performance das, was man macht. Das heißt, ich gebe dir jetzt zwei Karten, du gibst mir eine Karte. Sondern man erzählt etwas anderes, als das, was man macht mit den Händen, um davon abzulenken. Bei diesem Trick müsst ihr das nicht tun. Bei diesem Trick erzählt einfach ganz genau, was ihr macht. Ihr habt nämlich nichts zu verbergen. Das ist das Schöne. Man hat nichts zu verbergen. So, jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen. Vanessa hat hier die Stapel ausgelegt. Ja. Jetzt sind hier ein paar Karten übrig. Ja? Ja. Diese übrigen Karten legt ihr face down, mit Gesicht nach unten, erstmal schon mal beiseite. Die sind nachher nämlich wichtig für die Mathematik des Tricks, okay? Jetzt sagt er eurem Zuschauer, er soll sich drei Stapel auswählen. Genau, okay. Jetzt habe ich mir drei Stapel auswählen. Genau, diese drei Stapel. Zum Beispiel nur die oberen drei. Genau, die drehst du jetzt um. Eins, zwei, drei. Genau so. Die anderen Stapel sammelst du jetzt einfach ein. Die Reihenfolge ist egal. Es geht nämlich nicht um die Werte der Karten, sondern um die Anzahl. Es steigt ein mathematisches Prinzip dahinter. Jetzt müssen wir die dazu. Genau, so. Es steckt ein mathematisches Prinzip dahinter. Das wäre jetzt viel zu komplex, das zu erklären. Aber es steckt ein System dahinter. Und jetzt müsst ihr Folgendes beachten. Ihr lasst den Zuschauer jetzt zwei Stapel umdrehen. Schön ist natürlich, wenn man drei Zuschauer hat. Jeder darf einen Stapel umdrehen. Und zwei davon dürfen sich jeweils aussuchen, welche Karte sie umdrehen wollen. So, das ist natürlich schön. Ich habe jetzt hier in diesem Fall leider nur eine einzige Zuschauerin da gehabt. Aber die hat einen Job für drei Leute gemacht. Okay, du darfst dir zwei Stapel auswählen. Ich sage diesmal diese zwei Stapel. Du drehst nicht die Stapel um, sondern du drehst die oberste Karte um. Also, ihr sagt euren Zuschauern jetzt, sie sollen die obersten Karten von zwei Stapeln umdrehen. Vier und acht. Das sagt euch jetzt noch gar nichts. Ihr müsst jetzt nichts irgendwie ausrechnen oder so. Gebt jetzt mal die übrigen Karten. Die sind wichtig. Von diesen übrigen Karten müsst ihr jetzt zehn Karten abzählen. Legt einfach zehn auf den Tisch. Wenn euch jetzt irgendwie noch was einfallen sollte dazu, wie ihr das Ganze jetzt begründen könnt, dass ihr da zehn Karten hinlegen könnt, das ist eine total coole Sache. Dann muss ich vier, dann muss ich einmal acht. Warte kurz. Wenn ihr das begründen könnt, dass ihr da zehn Karten hinlegt, das ist natürlich eine sehr coole Sache. Ich sage einfach, ich lege zehn Karten auf den Tisch, die Zuschauer hinterfragen das nicht. Genau, und jetzt legt ihr einfach nur die Karten. Eins, zwei, drei, vier. Eine vier, genau, vier Karten. Und da ist eine acht, also acht Karten. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und die übrigen Karten sind jetzt immer die Anzahl der Karten, die hier oben drauf liegt. Aber warum? Ja, das ist ein mathematisches Prinzip. Das ist zu komplex, das jetzt zu erklären. Das sind zehn. Also befindet sich hier eine zehn. Ja, aber wie kommt die denn... Wie kommt die denn da hin? Ich kann es mal versuchen zu erklären. Es kann doch auch sein, dass ich jetzt einfach... Dass ich sage jetzt... Okay, gut, jetzt ist die hier. Nein, nein, nein. Das hat ja... Pass auf. Das sind drei. Warte, ich versuch's mal zu erklären. Und ich glaube, ihr versteht das auch nicht, oder? Ja, ich hab's anfangs auch nicht verstanden. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, versteht man das Prinzip. Also, die Karten sind ja gemischt, ja? So, das heißt, es ist jetzt völlig random, welche Karte jetzt hier landet. Das ist jetzt eine zehn, okay? Ja. Das ist ja nachher die oberste Karte auf dem Stapel. Auf diesem Stapel liegen dann immer vierzehn minus die Anzahl, die da liegt. Das heißt, von zehn bis dreizehn leg ich ja eins. Also elf, zwei, zwei, drei, dreizehn. Das heißt, wenn da eine zehn liegt, liegen hier vier Karten auf dem Tisch, ja? Das heißt, vierzehn minus die Anzahl, die da liegt. So, als nächstes kommt eine sieben. Vierzehn minus sieben ist sieben. Da werden nachher sieben Karten liegen, ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kommen dazu, ja? So, zack. Und so geht das ganze Spielchen weiter. Dann ist hier ein Bubel, darauf kommen zwei. Verstehe. Dann ist hier eine sechs, darauf kommen sieben. Und so geht ihr weiter durch. Ich mach noch eine. König hier gut noch eine. Und das geht richtig so auf? Mit wie vielen Karten? 51 hast du vorhin gesagt, ne? 52 Karten. Das muss ein ganzes Pokerdeck sein. Dann werdet ihr Karten übrig haben. Die nehme ich jetzt zu mir. Das heißt, hier liegen vierzehn minus die Anzahl. 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 Und so weiter Karten. Ja. Drei Stapel werden jetzt erstmal umgedreht. Sagen wir mal die drei hier, okay? So. Das heißt, hier liegt jeweils immer diese Karte hier plus die zugehörige Anzahl. Genau, ja. Die restlichen sammle ich ein. Ja, genau. Korrekt? Ja. So. Die auch noch. Ja. Und die kommen hier alle zusammen. Das heißt, hier liegen jetzt Karte, die einen Wert hat plus zugehörige Anzahl. Plus Karte, die einen Wert hat plus zugehörige Anzahl. Plus Karte, die drei, die einen Wert hat plus zugehörige Anzahl. 52 minus das hier jeweils. Wenn ich jetzt zehn abzähle. Aber warum immer diese zehn? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Pass auf, wenn ich jetzt zehn abzähle, dann habe ich jetzt im Prinzip 42 minus diese Werte. Wenn hier jetzt eine zehn liegt. Ja. Und hier eine elf. Ja. Dann hatte das ja zur Folge, dass ich entsprechend viele Karten hier nicht hingelegt habe. Mhm. Verstehst du? Ja. Wenn hier eine drei gewesen wäre, hätte ich da ja vier mehr Karten draufgelegt. Es sind aber genau hier 21 sozusagen, beziehungsweise nicht 21, sondern 14 minus zehn. Das sind vier plus 14 minus elf. Das sind drei. Also genau diese sieben Karten. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die Anzahl, die hier oben liegt, determiniert ja, wie viele Karten darunter liegen. Ja. Ja. Und bei genau diesen drei Karten, die hier liegen, sind genau so und so viele Karten nicht hier. Mhm. Minus zehn. Die zehn, das kann man mathematisch alles... Ich schreibe euch vielleicht einen Kommentar unten in die Kommentare und pinne ihn euch an. Da ist die ganze Mathematik noch einmal erklärt. Aber natürlich liegt an der Anzahl, die oben ist, wie viele Karten darunter liegen. Das heißt, die übrigen Karten hier. Zehn abgezählt. Dann nochmal zehn. Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, neun, neun, zehn. Was ja jetzt bedeutet, ich habe hier gerade diese zehn abgezählt. Ja, okay. Das heißt, 14 minus die zehn, das sind dann vier. Das gibt sehr viel Sinn hier. 11, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das heißt, jetzt sind das diese 14 minus die 11, die ich gerade abgezählt habe. Das heißt, hier müssen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das heißt, es muss hier eine 7 sein, die übrig ist. Verstehst du? Ja, Mathe. Ja, es ergibt Sinn, ja. Weil ja Mathe ergibt wirklich Sinn. Ja, es ergibt Sinn. Auch wenn er es nicht in der Schule glaubt. Ich schreibe es euch vielleicht noch einmal wirklich auch mathematisch korrekt in die Kommentare. Einfach, dass ihr auch noch einmal mit einer Gleichung vor Augen habt, woran es liegt. Aber das ist der ganze Trick dahinter. Es ist bei mathematischen Tricks manchmal gar nicht so einfach, die Mathematik zu erklären. Du kannst ausmachen und die Power kann weg. Super. Aber das ist das ganze Trickprinzip dahinter. Ich wünsche euch viel Spaß damit, was auch immer ihr damit jetzt machen wollt. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich halt einer dieser Tricks. Tricks halt mehr. Ja? Ja. Das ist einer dieser Tricks, wo du abends in der Kneipe sitzt mit deinen Kumpels oder, keine Ahnung, jetzt über die Weihnachtstage waren Verwandte und Familie da. Oder über Silvester. Genau, oder über Silvester jetzt als nächster Punkt. Und die Leute wissen, ihr seid Zauberer und die sagen, ja, macht doch mal einen Zaubertrick. Und ihr habt so viele schon vorgeführt, ihr wisst gar nicht mehr, welchen habt ihr noch nicht gezeigt und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Habt jetzt eine schöne neue Methode, um wirklich ganz viele Zuschauer einzuspannen. Einen Zuschauer die Arbeit machen lassen, wie ich das gerade mit Vanessa gemacht habe. Auch zwei Zuschauer. Einer legt die Karten aus, einer sammelt sie. Blablabla. Dann habt ihr noch drei Zuschauer, die sich für die Stapel auswählen und so weiter. Ihr könnt im Prinzip diesen Trick fünf bis sechs Zuschauern auferlegen und damit fünf bis sechs Zuschauer easy peasy unterhalten. Plus die, die noch zusätzlich dazu sitzen. Also wenn ihr auf einem Geburtstag in der Runde sitzt und keine Ahnung, ihr macht dann Silvester Raclette oder sowas. Wir machen Raclette. Das stimmt. Da kann man viel... Ganz viel Raclette-Käse. Da kann man auf jeden Fall viel mitmachen und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit diesem Trick. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich doch gerne mit dem Daumen nach oben wissen. Dankeschön an Vanessa, dass ihr heute mit dabei war. Du weißt, dass hättest du dich jetzt 20cm zu mir bewegt, dass... Nice. Wir gehen gleich schön Fotos machen und so weiter. Ja, aber erstmal müssen wir mal einen Lippenstipp kaufen. Ich hab keinen Lippenstipp mitgenommen. Das heißt, ihr seht auf Instagram jetzt die Tage, genau die Bilder, die wir jetzt gleich kriegen. Ihren Account und auch mein Instagram-Profil und ihren Blog und ihr Twitter und so weiter. Alles in der Videobeschreibung. Es kommt übrigens auch ein Jahresrückblick auf meinem Blog. Ja. Was postest du denn eigentlich immer so? Ich verlinke dich in der Videobeschreibung, aber die Leute wissen ja gar nicht, was haben sie davon dir zu folgen. Travel-Content. Travel-Content? Aber nicht nur, oder? Verreist du nur? Nee, nicht nur. Im Moment ist es nur Travel-Content. Ja. Aber es kommt auch noch was dazu. Zum Beispiel Lifehacks. Stehst du? Und nächstes Jahr bin ich in Sevilla und dann in Barcelona. Mhm. Und da werdet ihr ganz viel davon lesen und von der Umgebung, zum Beispiel Marokko, Portugal, Spanien generell. Warum bist du denn in Sevilla nächstes Jahr und in Barcelona? Auslandssemester. Auslandssemester an der Uni in Sevilla. Und dann war ich mein Praktikum in Barcelona. Without you my friend. Nein, Quatsch. Du bist doch die ganze Zeit lang hier. Ich meinte eigentlich, weil ich den Warm gerade verkackt habe. Egal. Danke. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage nicht erst an Silvester wieder. Ich werde noch Livestream und ein Vlog wird auch noch online gehen. Die Tage vielleicht morgen oder Samstag. Und ab Januar geht dann der ganz normale Mr. Trixel Uploadplan wieder weiter. Mr. Trixel. Oh. Ja, das hat der hier, als wir bei Flick Flack waren. Ach so. Ne, das heißt nicht, als wir bei Flick Flack waren, hat der... Ich habe gedacht, Corle. Ja, Corle hat es auch gesagt. Aber als wir bei Flick Flack waren, da kommt der Vlog auch bald online zu. Da war dann hier der, der das auch wenig gesehen hat. Äh, so. Ja, stellt euch mal alle zusammen auf mit Mr. Trixel und dann können wir ein schönes Foto machen und alle so, Mr. Buzz, Mr. Trixel. Mr. was, Mr. Trixel? Mr. Trixel. 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 ARD Text im Auftrag von Funk